hallo ist martin von money monkey ist das die dax analyse für nun dienstag den 3.1.2023 und unser dax kann dann wahrscheinlich den thema zur seite stellen und eine tasse kaffee trinken das dürfte zum dienstag deutlich interessanter werden wie das zum montag war wir haben relativ starke eröffnung gesehen und dann ist eigentlich nichts mehr passiert ja us feiertag hat hier quasi seine gewalt walten lassen und dann einfach nichts mehr zustande gekriegt wir hatten uns gestern das ein bisschen anguckt und hatten eher den tenor drin dass er schon durchaus abkippen kann ja also bei weiteren tiefs hatte ich mit 800 gerechnet auch mit 700 gerechnet dass er hier einfach noch mal nach unten rechnet aber wir haben eben auch gesagt und dass mich ein überbieten von der 900 stutzig machen würde und er fast potenzial auf der oberseite öffnen würde erst mal bis in die 49 50 rein dort hätte er dann auch mal eine chance nach unten zu drehen und wenn das nicht klappt dann hier gäbe zu und vielleicht 14 100 so haben wir es gestern gesagt und für das hat er sich entschieden das passt eigentlich dass das trans lokator hier bei uns im chat letztens geschrieben hatte hauptsache jeder tag immer wieder anders das trifft es eigentlich ziemlich gut also gerade wenn man die letzten tage hier auch über die feiertage hinweg sieht hoch runter hoch runter 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 der tut sich ja ganz schön ein abzappeln jetzt haben wir hier hoch tief höheres hoch tieferes tief höheres hoch also wirklich die volle kunst der selbstverwirrung und rein vom bewegungs abbild haben wir hier immer noch eine impulsgebende bewegungswelle drin wir haben nennt sehr seitwärts gerichteten handel trainer eine option wäre jetzt das habe ich euch gestern schon mal gezeigt dass er von hier sagt dann hier und jetzt noch mal so eine aufwärtswelle wie hier rein stellt ich würde die tatsächlich sogar vom nachttief an messen von der 13 700 das sind 460 punkte nach oben gewesen ja wenn wir jetzt 460 punkte nach oben nehmen vom letzten tief ich meine ich könnte auch um eine fibro projektion arbeiten war jetzt ein bisschen quatsch 460 punkte nach oben nehmen dann landen wir bei siehe da 14.280 14.280 14.270 das wäre demzufolge nach noch ein schönes bewegungsstil auf der oberseite dann hätte hier zwei gleich lange aufwärtswellen können sich danach wieder ins knie schießen und nach unten abtauchen soll bedeuten sehen wir am dienstag unseren dax oberhalb der 14.100 würde ich erwarten dass er weiter rennt in die 1 80 200 rein und dann auch in die 2 70 280 bekommt er sich bei 200 oder bei 270 280 schön eingedreht rote stundenkerze und feuer nach unten dann kann ich mir gut vorstellen dass der dann in das bewegungsmuster wieder übersteigt und das noch mal versucht nach unten zu replizieren und dann hätten wir hier auch ein bisschen tieferer bewegungsziele muss dann aber muss einfach nur los schieben halt na es wenn die amerikaner hier nicht so positiv rein starten wollen wie das der dax am montag getan hat im europäischen handel zwei alles zu ja london war zu hongkong zu tokyo zu new york zu also usa komplett von daher würde ich den tag noch nicht ganz so über bewerten möchte erst mal schauen was machen die amerikaner jetzt insbesondere auch am dienstag wie kommen die asiaten so in den in den ins neue jahr so rein und ich denke dass immer am dienstag ein bisschen schlau und würde mich überhaupt nicht wundern wenn wir das auch komplett wieder rausnehmen und jetzt das gap genauso schließen wie das hier würde mich nicht wundern aber ich würde jetzt nicht pauschal einfach short gehen weil ich sage okay das dreht eh wieder alles um sondern ich würde wie gestern wie die letzten tage auch einfach sagen okay über 14.100 orientiere ich mich nach oben in die 14.180 200 in die 14.72 280 rein und ja im grunde unter 14.000 kann man schon sagen wieder abwärts 950 als nächster und dann kann man schon auf dem gap close ziehen der hier so um die 13.850 rum liegt und wenn er das macht dann kriegt man auch noch ein neueres tief vielleicht mal in die 887 rein das wäre eigentlich schön passend ja von daher würde ich hier sogar schon zu machen wünsche euch viel erfolg gutes gelingen und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin ciao